Hallo meine Pleumen. Hallo Pupöchen. Hallo. Wie geht's euch so? Wir spielen heute ne Runde WOT, glaube ich. Und ihr könnt diese... eigentlich könnt ihr diese Videos synchron laufen lassen, dann seht ihr beide Gesicht gleichzeitig. Ja, aber... Außer einer stirbt, dann seht ihr wahrscheinlich zweimal dasselbe. Und das wird sehr wahrscheinlich passieren. Ah nö. Und was fahren wir? Ich hab zuerst gefragt. Gut vorbereitet. Ja genau. Da fahr ich hundertprozentig mit. Klar, warum nicht? Wie wär's, wenn wir den hier fahren? Einen 6er hast du nicht, ne? Noch nicht. Man, dann fahr die Scheiße, man. Jetzt, hü. Äh, warte, ich find den nicht da, also. Hü. Alter. Amen. So wichtig wie das Amen in der Kirche. Ja, ja, tu mich auch. Hm. Was? Ich hab Schandbild. Wecks. Ne. Lade. Ah, Ladebildschirm. Ach scheiße, ich muss die Scheiße ja dann rausschneiden. Ja, kannst du machen. Musst aber nicht. Ich kann das aber nicht schneiden. Du musst es ja nicht rausschneiden, du kannst auch drin lassen. Ich will's aber schneiden. Jawohl, es sei denn mein Video ist zu kurz. Ha, muss ja in 10 Minuten kommen, obwohl du mich zu rüssen. So. Ah, ja, das war so geil. Was? Nix. 12. 11. Scheiße, ich bin nicht mal geladen. Genau deshalb wollte ich's, deshalb will ich's rausschneiden. Du, 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 du. Ach, 5, 3, 2, 1, hier. So, aber dann. Du bist noch rechtzeitig gekommen. Ich bin einfach nie. Ich bin einfach hier. Ey, du bist ja krank. Ne, ich bin gleich dabei. Mein Sound lauter ist. Mein Augenton lauter ist. Alter, jeder. Ich hör dich nicht. Ich muss nur Sound lauter stellen. Äh, leider. Ich hör dich nicht. Ich muss lauter stellen. Ich muss lauter stellen, weil ich echt nichts höre. Ton? Warte, mein Gesamton liegt schon bei 24. Läuft. Boah, Alter. Ja, dieses Spiel ist ziemlich lauter. Ich grad auch. Woran kann das bloß liegen? Weiß ich nicht, OBS? Hilfe. Kann doch nicht spielen. Ja, dann stellt Grasengrund oder so. Ich hab die schon auf dem Imbum. Was machst du da? Ja, runterfahren. Wonach sieht's aus? Dann kannst du dich mal außen rumfahren, Alter. Nö. Warum sollte ich? Frank. Wuckelst du bei dir auch nicht? Nee, weißt du. Alter, du bist kaputt. Ja, aber einer von uns. Na, bumme, bumme. Was? Ja, die wollen schießen. Ich schieße auch mal rein, Alter. Ich hab gestartet. Kennt mich vorher. Soll ich gleich einmal reinwöhlen, bitte. So, jetzt seh ich da was. Wurst, warte mal bitte vor. Einmal nur. Oh fuck. Bitte. Ah! Hilfe, ich schieße. Tschüss. Oh, tschüss. Wo bist du eigentlich? Ah, hinter uns. Ich komm mal ins Alti. Wow, Alter. Hier neben mir ist einer explodiert. Mega so flammeng. Sheesh. Zaun. Zaun. Ich kann so nicht spielen. Ich auch nicht. Aber als letztes Mal, wo wir gespielt haben, war das nicht so nett. Ich dachte, ich wüsste. Also hier bei mir. So krass, Maschine. So. Ich peck meine gar noch nicht runter. Scheiß Franzose. Äh, Russe. Ey, die geht doch ziemlich weit runter. Bist du dumm? Mann, das ist einfach nur flach. Ja, also passt doch. Nee. Passt, wackelt und hat Luft. Das Problem ist, ich seh den Füten. Oh, hi! Was ist mit dem Saf? Con. Der Safra? Ja. Weiß ich nicht, was soll ich denn sein? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn. Also ich seh ihn schon, aber ich kann nicht hinschießen. Äh, äh. Wir werden uns mal besuchen. Ja, ich mich. Mir auch. Hilfe, aua. Ich mir auch. Ich bin abgefreit. Hilfe, aua. Ich schieße mit mir ab. Ich schieße mit mir ab. Aua, ich hab schandelt. Ach, hinter uns. Hi, wie geht's euch da hinten? Mach's, mach den Panzer B2 kaputt. Mach's, mach den Panzer B2 kaputt. Ich hab' nicht getroffen. Ich hab' nicht getroffen. Ich verschieße mit mir ab. Ich hab' nicht getroffen. Mal. Warum schießen die Panzer B2 immer mit Gold? Warum? hier wird ein zoom einfügen ja warum sollte ich so oder sind wir auch wieder zurück ich weiß einfach eine runde mit ihm ohne ihn because er hier ist ja mit der der kann drauf und ich weiß artillerie ja ja mir egal bei der zweiten runde ohne ihn standbild ich habe auch stand verbündete verrundfrierung spiel ich habe immer noch ich habe immer noch viel besser manche geist feind ja ich habe ein feind aber ich komme nicht weil sie euch wundert warum das hier so komisch aussieht jedes dies farbenblindenmodus ich weiß nicht irgendwie fand ich das voll geil das mag ich überhaupt nicht ich kann die gegner auch schlechter sehen als vorher ja auch ich finde es irgendwie cool es gibt leute die können damit besser spielen ich könnte mir gar nicht spielen ja das sieht man daran dass die mal alt fast alle amerikanischen gut über die wot hochladen immer im farbenblindenmodus spielen ich gebe dir gleich u2 war stu nee ich gebe dir gar nichts ah alter standbild mal standbild ich will da drauf schießen einmal nur bleib stehen bitte ich bin artillerie jetzt einmal in meinem du willst du willst du willst mal rein dippen ja einmal rein dippen ja bleib doch stehen oh alter Arschloch jetzt kann ich da nicht hinschießen verdient nee nicht verdient Arschloch Mann ich treff nicht das heißt scheiß Haus oh auf wen könnte ich schießen ah nicht doch nicht Toll ich bin doch nicht tot Hilfe so luchs Feuer frei oh ich treffs Haus du gehst gern geschehen dummer Spieler so schieße ich halt mal zu denen leute da rechts ruckelt grad so hart ja du stehst doch auf harte Sachen äh sprichst du grad aus Erfahrung ne weiß ich nicht klang aber so putz oh ich hab ihn getötet keine Platz was ja bist du hast du kurz gesagt meine Minions singen Hilfe was denn Minions singen ja Feuer ich hab jetzt größer und Minions ach scheiße ich treff nichts au so au äh äh ich bin so schei yo geil entscheid dich oh fuck Feuer ich treff ich treff nicht vor allem ich das ist grad so krass die Kugel ist einfach außerhalb des Kreises gewesen also die ist außerhalb des Kreises gelandet ja passiert auch oft was wie wie siehst du doch so ist vor allem ich soll dir das schneiden jetzt beibringen oder was weiß ich nicht 12 scheiße ich bin allein auf der Seite praktisch ich bin nicht mal in der Stadt gewesen was ist mit mir los auf welcher Map bist du auf Highway ich bin Erlenberg Erlenberg Deutschland da ist ein Baum umgefallen aber da ist kein Panzer hm was könnte das bloß Hi, wie geht's dir da hinten? Hi Ach, nuch ich nicht ich bin Atelier das ist mir egal ich lebe noch ja Betonung liegt doch noch Aua Munitionslager fickt euch wahrscheinlich könnt ihr jetzt die Videos nicht mehr synchron laufen lassen weil ich anders schneiden werde sie Aua Aua So, ich hab fast ne Minute nach äh, nachladezeit äh, nachladezeit Au, Arti Arti macht keinen Spaß genauso wie das aufnehmen Ok, warum machst du es dann? Weiß ich nicht einfach so auf zu langweilen gut gut ich würde dann sagen ich verabschiede mich hiermit mit diesem Video jetzt schon? ja ich hab gebock mehr wahrscheinlich hast du grad mal vier Minuten also grad mal fünf Minuten äh Material was du verwenden kannst ist mir noch scheißegal na gut dann verabschiede ich mich ja auch ja du kannst ja noch aufnehmen ich würde dann mit dir noch tschüssi kopf ich hoffe es hat euch gefallen pipapo dann nachgelaber was bei dem auch immer da ist ja äh äh mich kennt keiner ja ja mich auch nicht tschüss tschüss oh schluch äh was ich drück falsche Knöpfe jetzt